hier ist er will kommen zu der zweiten Folge Black Ops ich gehe mal kurz in eine Party denn man hört mich jetzt das ist schlecht das wichtig ist ich weiß nicht ob ihr ein Spiel jetzt unterhört sehen kannst da ist die Aufnahme gar nicht kommt aber wir machen natürlich unser Projekt weiter im Klang von Friedrich Jan und so werden wir alle sie muss durchspielen also einmal spielen das kommt übrigens als letztes das wollen wir machen und hier ist hier und Haku und halt als letztes und danach werden die Black Ops Projekt Videos spontan kommen also wir fahren mit ihm das Mensch das ganz normale was jeder kennen sollte wer ist kein Team das Mensch kennt er ist ihm auf Kopf gefallen nicht Spaß also vielleicht kennt manche Leute so schau mal wer ist hier so drin 3 8 Art N K vielleicht schaut ihr zufällig zu ich weiß ja nicht so Highshake my Lieblings Map und ich werde natürlich auch versuchen alle Maps vorzustellen aber es werden wir auch für Displays auf jeden Fall schaffen so ich nehme hier meine Klasse das Team Deathmatch ja was ganz erwähnt ich rede als hier oben links genau das nicht vergessen schnell und aggressiv ja ja abgeschossen dann muss ich kurz mein Tonleister machen ne hab jetzt neben Schatzschütze muss es laut haben also ich glaube ja auch nicht stellen wir alles richtig kacke 324 und so nicht wunder wenn die folgen kurz sind also wenn die runde schenke mal zwei wirklich die zehn minuten braucht so zehn minuten lang gehen wir gewinnen diesen kampf wir gewinnen und wir werden natürlich auch den zombie-mauken der scheinlich spiel ist und auch zu nehmen aber ich höre es auf meinen Ohren richtig lautes Problem ist nur wenn ich es leise stelle wird auch mal Stimme leiser gestellt deswegen werde ich mal ein Rohr wegpacken das ist nur auf ein Rohr das macht es auch schlecht dann höre ich ja als auf ein Rohr das ist dann noch lauter oder na ja besser Lager Leergeschoss könnt ihr ja vielleicht mal eine Aufnahme dabei sein wenn ihr wollt einfach adden dann eine Aufnahmefragen das Magazin als ob ich kann ich mach mal das los verwendete drohne nähert sich ich will zurück das ist bestätigt auch gern mal kreisliche drohne nähert sich der waffen entfielen ein wenig stoppieren die wenden die dsr meist bestätigt Klaus Klaus mit Drogen Neutralisiert ablenkungsvollen ablenkungsvolle erwartet die uns immer noch auskommen ganz abend aber wir kennen die letzte nicht von Anfang an so mann die Vorwehr schon nicht schon von die die zu hier schon fast ein halbes Jahr her er wird von den Dienst am 21. Jubiläum ein halbes Jahr lässt und wenn wir an ein Jahr als das Bessel machen aber im halben Jahr finde ich das jetzt also da werden wir schon ich kann die Kämpfe verbündete Drohnen nähert sich ich fahr da jetzt verbündete Fernlenkladung unterwegs na los na los da hat sie wohl klappend sagen so zu haben wenn er verlegen und nicht haben es auch schon mal gelernt komm wenn die kämpfe mache ich das auch jo dann wieder nach der hinten verpissen mehr können die aber nicht ja ich bin ein lader ich bin ein lader ja richtig das ist bestätigt feindlicher blitzschlag steht bevor wir verlieren diesen kampf achtung feindlicher orbital satellit ist online ein ob ich halb so genau wie das ist mehr als ob die kasselied ist sie sehen und dauerhaft auf der karte nicht so wie bei der drohne dass sie liegt und so ist die wobei dauerhaft und ist auch nicht so schütze aufgeschaltet und wir haben auch die kassel ließen aber zum Glück hat keine Runde 3 wenn die möglichen da macht die unbeziehungsweise und erledigt hier haben sich die Parameter gescheitert ab nach Hause die Runde haben wir verloren, aber da hätten wir auch eine hintendran wenn schon gewinnen wir mal eine Runde ja schon mal, da haben die nicht eiskapiert gemacht das sind immer durchgegangen aber da ist eh keine Partie aus dem Jungs mehr ohne ja und ich bin zumindest nicht letzter wie ich bin Level Level 38 Prestige 1 das manche wie immer, jeder Runde schon die Probleme von allen an wird so kommt und wir auch machen aber wir sind es ist jemand Handymarken nur so rein schreibt da hin das war die Schuld wohl immer noch mal nicht nie ich würde ich mal Kauzein das soll ich mal liebten so nicht was kann wo ich verliebe mit Weyton Klaas das war ich noch ich hoffe ich will und jetzt endlich und jetzt steht die Runde auch da kann ich auch noch gleich werden zu diesem über 10 so welchen er hat der vollstreckung wurde autorisiert die ich habe die ersten zwei Kills gemacht respekt wenig weil Leute es gibt eingebaut also ein Töchter zu machen hier die auf der Karte diese gestrichen Linie das ist unterirdisch das geht dann hier wieder hoch das kennt da einer wir haben die Kontrolle verloren das gibt es einfach nicht wir haben die Kontrolle verloren abgeschossen damit rechnen wird meistens waren und auch an wie lange die Runden gehen wir haben den Vorteil nur in der nächsten Folge kann ich das nicht nach der Aufnahme nach der Aufnahme weil ich da morgen wir haben die Führung verloren das hat sich jetzt wie er wahrscheinlich gehört geregelt das haben wir jetzt operiert jetzt werde ich zumindest im Laufe der Zeit keine Rauschen hören die Aufmerksamkeit natürlich nur auf Platte haben da ist sehr klar aber sonst die Mühe die jetzt aufnehmen habe jetzt die sind Mut ein bisschen zu müssen ich weiß nicht Bewege Bewege er ist erledigt wir sind in Führung ich war im Tunnel stimmt man kann im Tunnel ich bin fast nur nie im Tunnel ich bin hier ich bin hier ich grüße meine Gang Alter jetzt mal Kollegen schießen mir hier an ja wenn man nicht weg kommt dann kann das eventuell passiert ich komme auf die die alle ich bin hier ja hat super geklappt ich fühl mich manche in dem Spiel richtig schlecht ich hab Spaß dran das verbündete Drohne nähert sich äh ok mit meinem Nachladen Aua ich habe Schatzschützen gewährte Beichtum der Schalter EDS der Schalter EDS der Schalter EDS und jetzt hätte ich die Gebrauch und jetzt die 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 da mal das ich habe mir auch kam an der mich gekrückt ich kann kann hat es auch schon gerade gerade eine auch kann ich hätte so zu gestorben ist mir eigentlich wurscht wir haben auch gern die Runde gewinnt das ist sehr gut damit ja ja die Leute hier sind irgendwie verrückt die haben einen geschenk stehen jetzt ist mal ein ich kann nicht schief gehen ich bin leer geschossen ich hab eingebaut die nehme ich mal wir gewinnen diesen kampf die 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 wie die die r ja wohl da kann man die zweite Parameter das ist doch gute Form die erste richtige Folge von diesem Multiplayer-Projekt wo ich alle Moji zeige in der ersten Woche haben wir ja Waffenspieler, das werden wir natürlich trotzdem noch mal zeigen und dann als letztes nur die Hardcore-Sage und wenn wir hier schon bei erstmal im Feld Hamburg und dann noch bei Hardcore ja da kann man uns auf jeden Fall freuen also ich wünsche uns dann das war's für die zweite Aufnahme mach's gut und tschüss